So, hallo und herzlich willkommen. Dabei geht es hier auf unsere kleinen Insel. Das letzte Mal habe ich jetzt hier noch das ganze Zeug durchgehauen. Durch das Sieb. Und jetzt haben wir 24 Eisen. 22 pro Monat. Was da lassen. 2 da lassen. Das brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht. Das machen wir mit ganz klein. Ah, verdammt. Das dürfen wir jetzt auch alles nochmal durchhemmen. Das ist Schlied. Hallo. Hallo. So. Kupfer. Na, da kann ich nur brauchen. Tin. Kupfer. Alles einsammeln. Ich habe das Gold jetzt eigentlich vergessen. So aus. Ja, egal. Ich schaue es mal alles hier hin. Ruhe. Weil. Jetzt habe ich mir eigentlich vorgenommen. mit der Rope Ladder. Unten zu gehen. Dann eine zweite Ebene zu bauen. Und dann unseren Cobblestone Generator hinstellen. Plus dann äh. der Pulverizer. Und die Generatoren. Die hier. Also. Deswegen muss ich jetzt erstmal alles loswerden. Was wichtig ist. Falls ich es verliere. Mal raus. Ich gehe es nämlich auch mal vorsichtshalber nicht mit. Sondern nur Stein. Dann hier eine Haufen Slabs. Mit dem wir kommen dann schaffe. Und wo machen wir das denn jetzt hin? Also. Ähm. Ich würde sagen einfach hier. Na komm her. Slap Hammer. So. Jetzt wird es spaßig. Jetzt müssen wir nämlich runterklettern. Hier. Mal hier drauf bitte. So. Klappt schon mal gut. Jetzt spawnen wir hier uns erstmal. Das sind eigentlich Half Slabs. Spawnt gerade. Darf nicht spawnen. Da dürfte er spawnen. Okay. Das ist genau richtige Höhe genommen. So. Und jetzt bauen wir uns hier mal eine Ebene. Okay. Na komm. Da können wir schön unsere Basis von unten angucken. Da drüben kommt der Wasserfallrunde vom Cobblestone Generator. So. Jetzt. mal hin. Mal hin. Ja. Oh. Jetzt mein Costum Generator. Scheiße. Der muss vier breit sein. Und. Ich hole mal kurz so die Pickaxe. So. Jetzt baue ich erstmal hier hinten. Hey. So. Laufen. So. Nix. Okay. Da kann ich jetzt auch nix mehr hinsetzen. Äh. Hm. So klappt's. Wartig. So. Jetzt geht es mir leider bissl einfacher. So. Nix. Vielleicht das Ding hier weg machen. Ach. Mach mal einfach mal hier. Zu lang. Jetzt würde ich mal meine Pickaxe. Mails benutzen. Äh. So. Auf dem Cobblestone. Das heißt noch. Steck mal. Äh. Bissle was zum Essen wäre schlecht. Wackeln brauche ich jetzt gerade. mal die zwei. Der friert schon rein. Den hier kann man weg machen. Wartig. Die zwei brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Jetzt mal kurz überlegen. Wo ich den hin setz. Weil ich setz den Cobblestone Generator hin. Und dann muss ich ein paar Fässer auch so rum machen. Die führen das ganze dann hier in die. In die Fässer die ich da. In so ein Fass wie da oben. Und den muss ich auch noch ein paar machen. Die Fässer leiten das dann weiter an der Lava Generator. So bekommen wir dann Energie vor unseren Pulverizer. Der Pulverizer führt's dann weiter. Und der schmeißt dann in die äh. 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 In das Sieb rein. Das ganze mal ein bisschen weiter. Sagen. Den Generator. Den habe ich dann gleich. Das war knapp. Ich gehe gleich hier hin. Das heißt der ist 3.2. 3 breit. Genau. Der kann ich dann noch ein Ding holen. Wo ist er denn? Genau. Hier. Ein bisschen vorbereiten. Den Kampel zum überlegen. Ob ich das hier zu mache. Oder ob ich das offen lasse. Dass ich vielleicht. Falls ich das weiter bauen will. Dass der weiter runter geht. 6 Jetzt Halt es mal So Hier fließt das Wasser runter Hier sollen die Cobblestones generiert werden Trottel 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 Oh man das war wieder eine tolle Aktion Jetzt können wir das Schiffereck dreimal Erst mal noch ein paar Fackeln Dann ein paar Half Slabs Das dürft reichen Schon mal gut gespawnt, dann ist es jetzt gut versaut, hier kommt die Lava hin, hier kommt das Wasser hin, das fließt dann hier runter. Hier kommt der Cobblestone hin, das ist so. Ich brauche eine Pickaxe, das heißt ich brauche so ein Holz, ein Knochen, das hier, ein Pickelkopf, wo ist der Pickelkopf? Mach ich aus Knochen oder mach ich aus Stein, immer aus Knochen, ich erinnere so viele, das geht schon. So, dann haben wir jetzt hier bitte unseren Stick, ach das kratzt mich jetzt wieder an. So, das ganze können wir jetzt wieder in Truisch packen. Äh, jetzt brauchen wir wieder ein Node. Das war das Zeug, das. Und hier, Kabel, Stein, 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 kein Stein mehr. S2, D3, Kabel habe ich schon dabei, eine Enderparle. So. Wo ist denn? Wo ist denn? Das passt schonmal. Den Stein brennen. Jetzt rühm ich gerade nicht so viel los. Ach, Mann. Schlüssel. Stein, 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 Stein So, jetzt muss ich hier unten hin. Ja, das klappt sogar. Hier wird der Cobblestone gemacht. 3 Genau hier. So geht's am schnellsten. Außer man haut hier nur die Upgrades rein, aber die fehlt mir jetzt gerade Kohle. Materialien, ähm, so. Jetzt kann man das ganze mal so zubauen. Wie es nachher sein sollte. Wenn man erstmal klar war. Da muss dann der Deckel drauf. Da muss das Wasser rein. Das Wasser rein. Dann passt das. Treppe werden schlecht. So. Da ist eine Fackel irgendwo. Dann holen wir mal Lava und Wasser. Kann man nämlich das hässliche Ding dahinter abbauen. Äh, einmal, einmal, einmal. So. Da muss ich ja dann Deckel drauf machen. Gibt es dann eigentlich eins Wasser oder nicht? Eigentlich darf es nicht eins. So. So. Das Wasser hin. Deckel drauf. Die Lava. So. Die Lava. Die Fässer sollten wir auch noch irgendwie runter bringen. So. Die produzieren jetzt alles schön. Passt. Das passt auch alles. Schön aber selben. So. Jetzt brauche ich mehr von den, äh, Tanks, die ich da oben habe. Den hier. Simple. Warte mal die Nummer. Das war. Simple. Äh. Erstmal. Brauchen wir. Clay. Und. Okay. Das geht ja noch. Erstmal wieder Sand. War Sand oder Dust? Nicht so. 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 Wie warm das sitzt. Ich probier's einmal mit Sand, einmal mit Dust. Das ist ja egal. Das haben wir noch dabei. Und dann. So. Ach so. Gravel 14. Das war's. Und dann ist jetzt noch ein bisschen. Das ist ja gar nicht so. Das ist gut. Das ist ja gar nicht so. Das ist ja gar nicht so. Das ist ja gar nicht so. Aber da ist ja gar nicht so. So, einmal haben wir noch dabei. Ein bisschen blöd hier gebaut. Den Wasserbehälter hier können wir dann auch mal umsetzen. So. Einmal Clay, zwei... Ach, das ist ja nicht voll gewesen, deswegen... So, jetzt passt's. So, sieben. Acht. Hier können wir das Land abbauen. Naja. Lässt sich nicht lane meinen. So. Zweiunddreißig. Jetzt brauche ich schon mal zweiunddreißig. Zweiunddreißig. Bauen wir? Bauen wir? Bauen wir? 15.000. Schon mal die Hälfte. Okay. Ey. Ey. Doch, da kommt was raus. Ähm. Bauen wir. Da kann man noch ein bisschen draus machen. 24. 24 ist zu wenig. Das ist jetzt zu viel, glaube ich. So. Den hier. Mal zusammenmischen. Das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Das können wir hier alles rein. Redstone. Halt. Halt. Die Spitzhacke hätte ich gern wieder. Das hier. So. Porzellan. Vier Stück. Das reicht erstmal. Einmal Kohle. Hey. Ghosto. Ich will nachher. Licht anmachen. Schauen wir mal rum essen. So. Crucible rein. Steinbaum ist gerade nämlich. Sitz in irgendeine Ruhe. Hey. Der Redstone ist dahin. Der Redstone ist dahin. Egal. Ich brauche es ja hier gleich ab. Ähm. Hier einfach rein. Dann brauchen wir Fackle. Hämmer. Halt. Fackle hin. Ähm. Noch zwei. Na komm schnaller. Fertig. Jupp. Ging einmal acht dabei. Aber erstmal ein Taya. So. Sieht man zwar hier unten nicht so viel davon. Wenn es hell ist. Aber egal. Ähm. Hier. Ah. Ich habe gar keinen Cobblestone mehr dabei. Ich bin ein Depp. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Was soll die Ducksing? Was sind die fünf? Oh. Ich bin ein Trottel. So. Ich habe unten einen Cobblestone Generator. Und mir keine Cobblestone raus. Oh man. So. Wenn sie machen. Einen breiter. Sieht den. Weiß man ja nicht dass der denn eigentlich. Da nichts drin ist. Ja. Jetzt. Ich habe ein Z. Ohne Shift. Zwei. 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 Einmal eine Leitung legen. Die werden jetzt. Zwei. 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 Ähm. Ja. Dann hol ich jetzt mal die Feider von oben. die eigentlich einfach so abbauen. Ich glaube nicht. Eiuii. Ähm, gehen wir bis dahin. Ja. Ja. Oh, klasse. Jetzt hätte ich mir auch vorher schon überlegen können, dass das nicht so gesund ist. Mal hier mit tausend Koppel rum sitzt. Äh. Ich muss eigentlich nur das Fass haben. Komm. So heftig bruch ich jetzt die Koppel auch nicht. Schauen. So. So, dass wir das Fass jetzt wenigstens mal unter hinsetzen, dass wir immer weiterhin Koppel haben. Das mach ich. So, jetzt brauch ich als nächstes Kabel. Kabel? Wie heißt das? Fluiduct? Ja. Da dazu bror... Nein. Das ist teure. Deed und Kopper. Ähm. Das mach ich jetzt mit dem Koppelsturm. Das ist... Schade. So viel brauchen wir jetzt auch nicht. Was wollte ich machen? Genaue Kabel. Da brauche ich... ...Stropper... ...und... ...Schlied. Nicht Schlied. Erstmal weg. Weg. So. Sieht eigentlich schön aus, das Rot. So. Dann holen wir zu uns das restliche... ...Sachen aus. Da drüben, da hüpft ein Cobblestone. So. Den brauchen wir nicht. So. Dass wir auch schön brennen können. Dann brauchen wir 2 Gramm Kohle. Äh... Inventar ist ein bisschen... ...Akufall gerade. Die würde ich gerne nicht erhalten. So. Achtmal Lead rein. So. Jetzt haben wir alles ein. Das Schiff wird voll. Das war's jetzt. Tschüss. Ein bisschen Cobblestone hier mal weghauen. Dann habe ich jetzt noch 2. 2. Wo liegt der? Verdammt. Ich muss jetzt meinen Kupfer wegschmissen. Nein, ich hab die falsche mitgenommen. Uff. Wenn ihr Glück habt's. Wenn ihr Glück habt's. Der noch. Ach genau. Da kann ich direkt noch nach dem Pulverizer gucken. Weil... Wir brauchen jetzt 9 Eisen. 5 Gold. Äh. Ne. Brauchen wir ja Gold. Wir brauchen... Ähm. Erstmal brauchen wir Gold für... Pulverizer. Dann brauchen wir Gold. Da brauchen wir 2x Gold. Das ist jetzt am blödsten. Den packen wir erstmal ein. Gold. noch mal kaputt. Auf der Zeit können wir jetzt mal kurz durchjagen. Es ist 9. Ok. Oder 1 viel. Er sagt so. Das soll. So. Sechs Stück. Dann haben wir schonmal zwölf, ja. Halt, ich wollte eigentlich nach Dingo gucken. Ach, Meisen! Aber das habe ich jetzt auch wieder vergessen. Äh, das ist Eisen, das ist Eisen. 26, das muss ich jetzt auch noch geschwind klein machen. Das hier Eisen. Genau, das muss ich jetzt klein machen. So, so. Ne, das ist ja schon ganz klein jetzt. Ähm, Stück, brauchen wir dann einen Kohl. Das ist nicht genügend. Nur, wo die Eisen. Nein, haben wir noch. Äh, wahrscheinlich mal einen Spannter. Noch zwei. Na gut. Erstmal Monster verdraschen. Da ist ja gar nichts drin. Da ist ja gar nichts drin. Oh, du bist jetzt nicht in der Kohlbeide. Jetzt hast du die kleine Scheiße. Ey, ey, das hat mir ja schon. Das hat mir Leben. Ey, hör auf zum rumzupfen. Äh, ho. Ganz viele Änder. Hey, sind da keine Erwachsene gekommen? Dann halt nicht. Äh, das Promo, das Promo, das Promo, das Promo, nicht. Ne? Oh oh. Und der? Autsch, autsch, autsch. Oh man! Der kriegt jetzt Dresche. Du Dresche. Ey, wo sind meine Sachen hin? Dann verhaue ich dich so. Schön langsam und schmerzhaft. Ja, sauber schuld. Wo hat denn meine Sachen hin? Und dauert es lang. Keine gute Idee. Wie lieben hat denn der? Ne, eins weniger. Eins weniger. Und eins weniger. Und noch eins weniger. Scheiße, was hat denn hier gerade alles dabei? Lead. Okay. Ich hatte einen Haufen Sachterball, was ich nicht sehen sollte. Zum Beispiel Eisen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, Schluss. Ich hole hier ein paar Hammer. Und guck, dass ich wieder die Rohstoffe bekomme bis zum nächsten Mal. Von dem her würde ich jetzt mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal dann. Danke fürs Zuschauen und tschüss.